Macht doch keinen Spaß. Immer das gleiche Publikum, immer der gleiche Papst. Alles immer gleich. Aber das wird sich jetzt ändern. Und zwar dienstags und donnerstags. Und das ist weltweit gleich. Gott, wenn ich dann sage, bei uns heißt das anders. Nein, Dienstag und Donnerstag. Auf Deutsch. One Music Television. 20.15 Uhr. Ali Kancho. Das heißt, ich spreche zu Ihnen und Sie hören gefälligst zu. Und wenn ich einen Gast habe, dann kann der froh sein, wenn er neben dir rausgeht. Und Sie zu Hause. Wenn Sie nicht zuschauen, dann komme ich zu Ihnen nach Hause. Das würden Sie nicht wollen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Warten auf die Ali Kancho. Ali Kancho. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 20.15 Uhr. Auf One Music Television.